So, ein neuer Tag, eine neue Aufnahme. Mal schauen, dass ich da die Geschwindigkeit bereue. Ja, passt etwa. Ja, der Pilz ist immer noch nicht neu gestartet. Wird irgendwann noch passieren. Vielleicht werde ich den Rand oben und unten fixen können. Vielleicht auch nicht. Es wird sich noch herausstellen müssen. Vielleicht könnte ich die Ingame-Einstellung nachschauen. Aber so wie es auch aussieht, ist es unten abgeschnitten. Also es wäre auch schon die richtige Größe, die generiert wird. Es wird einfach nicht ab der richtigen Position gezeichnet, sozusagen. Ja, das muss ich sagen. Da habe ich auch einstellen. Grafik. Vollbild. Ja. Ja, und es hat auch mehr mit dem Desktop zu tun. Ja, ja. Naja, wir lassen uns den Spass davon nicht derben. Ja, wir müssen die Schleif für einstellen. So, wir sehen uns die Strecke aus, um die Strecke aus. Es ist nicht ganz so gut gelaufen wie er hofft. Mal schauen, wie sich jetzt die Lage weiterentwickelt. So, haben wir da etwas zum Verfolgen? Nicht direkt. Hm. Ich drücke mal ein paar Tasten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches hier die richtige ist. Ah. Abgrundmager. Okay. Hm. Ich glaube... Ich glaube, wir gehen hier das erste Mal etwas Nebencressen machen. Aber wir sind hier noch von der Stufe her zu niedrig. Ich glaube, das wäre die Fortsetzung. Von der vorherigen Mission, in der wir jetzt den Drachen beschworen haben. Genau. Genau, das wäre die Fortsetzung. Jetzt ist zuerst einmal so ein wenig Neben-Story, Neben-Quest und so. Auch gesagt. Genau. Machen wir das doch einmal. Ähm. Ich weiß nicht, wie verfolgt das. Genau. Dann können wir gleich die Helle teleportieren. Teleportieren. doch nicht. Genau. oooo Just nearby Wildzäule jetzt auch noch Wenn man die mal schlagen Naja, das sind Agel Okay, immer zuerst Prioritäten setzen. Wo ist es jetzt? Bus, bus, bus. Sorry, sorry, sorry. Ah, da ist es. Ah, verdammt. Wir sind doch schon in Quests gelassen. Nicht mehr selber, oder? Hier ist die Jägerin. Die richtige Jägerin. Shhhhhh! Bleib runter! Ich schaue! Ich habe immer über die hohe Größe von Ingradien, die in Mondstadt finden können. Und es sieht aus wie es ist wahr. Nein, ich bin Chef. Ich bin Chef auf eine Mission zu finden rar und exotischen Ingradienste aus allen Teil des Welt. Mein Name ist Xiangling. Ich bin von Liyuei Harbour. Und du? Du? Was sie mir da? Hallo, mein Name ist Paimon! Paimon! Warum du mich so aufhörst? Was ein exotisches Künstler! Ist es um Wurzeln? Hör auf! Nein! Für die letzte Mal, Paimon ist nicht die Erdbeinigung! Ich bin Herr, der da ist eine ganze Nachfrage. Ich komme gut, ja. Ich bin ein guter Freund zu haben. Ich habe eine gute Freundin, auch sie heißt Guba. Ist das nicht der Name der Liyuei snack? Ja human ist? Ich verstehe der Freund und mein Freund haben ein ganz Freund mit mir. Also, kannst du gerne zentren will für mich das務? Was soll ich noch? Hei, hei, die Leute, nicht ganz selber. Drei Stück, ähm, kommen die vielleicht sogar im Inntar. Nein, weil wir holen mal ein paar. Da sind die Säule. Das ist die Schwung der. Die Säule, die zu können. Fertig! Fertig! Fast ein wenig aus dem One-Hit-Mass wie gewirkt. Zuerst arbeiten, das wird nie gut. Also, eins klatschen wir noch. Fertig! Jaaa... Müssten wir auch noch eins finden. Jaaa... Wenn man größer ist, dann hast du ihn auch nicht weg. Zuerst arbeiten. Aber dafür ist schwierig. Jaaa... Ah, gut. Vielleicht haben wir halt schon drei. Jaaa... Hm... Und hier... Und hier... So, da, 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 da... Fünf... Ja, da, da. Kein Problem in dem Fall. Waui! Das ist großartig! Einige davon wird es schäuert, einigen davon wird es durchsäuert. Einige davon wird es durchsäuert. Und ich wundere, wie gut es geht mit Sine Condensate. Mhm, mhm. Wallet, wallet. Wacken. Haui man, thinks she's forgotten about us. Uh, sorry, I got Oleg's ass promised a tasty snack. Are we your food testers now? Oh, gosh. This is... Delicious! Yummy... Kannst du uns, wie es sagen? Sure! The only thing is, I haven't written down the rest... I got it! Ich mache einen anderen jetzt, so du kannst. Das ist ziemlich schwer zu machen. Es dauert mehr als das zu lernen, wie es zu machen. Und wir haben keinen Friesen. Es ist einfach. Wir können auf einem Stab von Stoen und kürzen, mit einem Bore-Fat. Build ein Stove aus den Rocken. Use Drei-Grass für Kindling. Twigs für Firewood. Sweet-Flauers will tun für Zucker. As für Salz, ich habe ein loader Rock-Salz in einem Tag, der andere Tag. Es ist noch viel left. Ich kann mich einfach nicht helfen, wenn es eine Chance gibt, zu versuchen, etwas Neues. Aber ich kann mich noch einen Sekunden, während ich alles bereit bin. Hey, was du denkst? Oh, das ist der Tag. Das ist der Natur der Bore-Fat. Du kannst sie hier nicht schütten. Du schützt sie alle. Bust du. Wir schütterns wissen besser, als zu zacken, um die Ecke zu holen. Oh, ich verstehe es. Das frischste, beste Qualität kommt von freerange Bores, die in der Umwelt zu leben, Naturen. Es wäre ein großer Blut für Gastronomie. Nein, für alle Menschen. Ich bin sorry, ich bin excited. Du solltest mich entschuldigen für Draft. Als unser Leiter, er immer stört, die wichtigste Werte der Regeln der Hunde. Ich bin Angst, er ist jetzt sehr schuldig. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich sollte in eine... Danke, Leute! Ich werde noch mehr Tastes... Okay! Don't worry! Paimon will remember! Draft sollte in Springvale sein! Let's go! Wohin! Ja, gut. Das Rezept haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Aber... Die Hoffnung bleibt. Andere Stempel durch FC. Ja, keine Wörter. Ich werde nicht wählen. Ich werde nicht wählen. Ich werde nicht wählen. Ich werde nicht wählen. Du musst bist Xiangling. Du bist inarnabiliyor. Du bist ein wenig genannt. Es ist jetzt XYZ. Das war meine Ursache. Ich habe meine Geschichte Ecologianz umm Prepareng. Du bist ein wenig Mario zu awareness. Tell me more. I asked maestro haven't you heard she's the one behind one mean restaurant that one-of-a-kind folk restaurant in Liyue Harbor Her unique take on cooking ingredients is behind some of the best loved dishes in all of Liyue. They are very highly rated by travelers, too Yeah Good news good news You're too kind. I just try to cook things that are cheap and cheerful With a top-notch chef cooking top-notch cuisine with top-notch meat from Springvale our reputation would spread far and wide I don't know I only ever think about how to make tasty dishes. I never limit myself to specific ingredients You use boar meat all the time anyway, surely the issue is What would you think if I added a bit of slime condensate that's I mean couldn't you add something a bit more normal? There's no such thing as normal ingredients to me You can turn anything into a delicacy if you cook it in the right way Lass mich raten, das Spiel ist aus China ursprünglich I will not stand for having my creativity shackled by what ingredients I can and can't use Well, since you feel so strongly about it forget it, but it really is a pity You know we didn't come to apologize couldn't you be a little more flexible? It's one thing to apologize, but it's another thing entirely to change the way I approach cooking Mmm, what's that smell? Wow! It's gorgeous! Hello! Hello! May I have a taste of your delicious cooking? Sorry I've taken all the orders I can for the next few days the earliest I could put you down for seven days from now. Is that okay? Wow, it must be delicious if it's that popular Hello Yeah, good point Why does Dra- Hmm Maybe he feels that Mondstadt Cuisine can't compete with that of T'Vat's biggest business hub, Luya Harbor But I disagree I don't think my cooking is at all inferior to anyone else's Well then, show me what you got Maybe I could give you some feedback Sorry, but customer feedback like Oh, that tasted good It's no use to me If I wanted feedback, I would ask a per- That's me! It's really you! Well, I guess you do know what you're doing when it comes to cooking meat then As it happens, I have one of today's prime cuts remain That depends on the ratio of fat to meat With this cut, I would probably roast it over a hot stone with a little salt Ginseng flour? But the melted fat would make the flavor of the flours ten times stronger than when eaten raw It would overpower everything I know, that's why it's a garnish I would never marinate the meat in it I've tried it before If you baste the petals in oil and then cook them with the right heat and duration It gets rid of the bitter- Then throw in some joyun chilies grown at a high altitude Where the low humidity and varying temperatures lends them a unique- The petals absorb the saltiness from the sea salt, the chili spice, and the umami of the tender freshly grilled steak While also adding a floral aftertaste Ah, that's pure overkill! You're going all out on the- Who wants to eat a roast when you can taste everything except the roast? Whoa, whoa, whoa! Stop arguing! Huh! While there's only one surefire way out of a cooking dispute I declare a cook-off! Suits me! If you can't beat my cooking, it'll show that giraffe was clearly wrong about- Alright! But if I win, you have to use my winning dish to promote Springvale! And if you lose, you have to add my winning dish to the Wanmin menu With a caption saying This special addition to the Wanmin menu is generously provided by Chef Brooke of Springvale Meet expert! Hmm! It's a deal! I'm off to get ingredients! I will see you all- Wait! Wait! Let's try and catch up! Let's try and catch up! Yeah, no worries! Get tips! Nice! I'm not picky! Ardapf immer good! Let'ich auch... Let'ich bruch ihn wegnehmen... Let'ich bruch'n wegnehmen... Es ist doch eine kleine Distanz, oder? Ich komme zuerst zu dem natürlich, wenn wir schon so weit reisen. Ich komme zuerst zuerst. Ich komme zuerst zuerst. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Naja, was wir mal machen. Komm. 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 Ja, iso. Okay. Ja! Hm, ha. A reward on the road. 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 Es ist doch... Sollen mal an... Ja... Jetzt ist sie doch nicht mal da oben Hey, stehen geblieben, wer ist hier runter? Ich denke, wir sind nahe. Haben Sie entschieden, was du... Natürlich nicht! Dann, wie sind Sie so... Das ist nur mein Stil. Wenn ich in advance genau wie ich was, was ich etwas zu machen... In der gleichen Weise, wenn ich... Aber... Das ist so Risky! Hey, relax! Das ist so, wie ich mit den Wann-Mein-Restaurant mit den Wann-Mein-Restaurant habe. Wir schauen uns hier an. Ich werde Sie wissen, wenn ich etwas, was ich mag. Okay... Holt! 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 Sicher, Holt! Ah... Ah... Ah, vielleicht... Frosch! Ah... 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 Das ist wirklich so. Ah, okay. Let's go, though. I will clap. Ah, okay. Okay, so take this. Oh man, this is fantastic. Okay, this will be a pretty bad thing for the fight. Das ist gut. Oh, das ist ja schon mal ein Köln-Köln. Ich werde das nahe halten. Huuuuhh Dibs Ja, das ist gut. Ah Soll ich auf den Eid Eid Ah ah Bet you can't keep up with me Uh ah 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 Oh, du wirst du ein? Ja, du wirst dich, hat dich zuilen, du bist du. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Das war's für heute. 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 Wow, Joy-Yun Chili's! Aw, that's such a cute name. Maybe so, but those little fellas pack quite a punch. From what I've observed, spicy food is a rarity in Monsat, so this will be perfect. Go and pick some, get a good handful. I'm still feeling like we're lacking something. I'm still feeling like we're lacking. I'm still feeling like we're lacking. I'm still feeling like we're lacking. But she is a talented, there's no doubt she will source the fanciest quality ingredients. Something like sea serpent salad, stir-fried kings in flour, or wild mushrooms and a rich slime ju. Oh, a slime ju. I know how. I'll make some for you next time. You won't be disappointed when you taste it. Although it looks a teensy bit gross. Never mind that. I just remember, my gut tells me that's where we'll hit the jackpot. Huh. What's that? Somebody's injured! He's shivering. We need to warm him up quick. Make a fire! Hot soup would be even better. How about I look after him while you make him a nice warm... We passed a hillitrol camp on the way here. There will almost certainly be a campfire there to cook. Great! Be as quick as you can! Okay. Ah, so I already had a truck on the way here. Oh, I already had a truck on the way here. Oh, that is better. Oh, that is better. Thank you. That soup really did the trick. Okay. Okay. I woke up, I ran straight outside, but I only made it this far before my- How big was it exactly? They do now. I'd heard of them before. Yikes. We should definitely keep our distance from the room. It sounds delicious. That's it. They're missing a calm down. Can we really eat a tree that's that aggressive? The Chinese eat everything. Okay. Let's do it. That's a good moment. That's a good moment. Das wird aber ein Auftrag für die nächste Folge. Also gut, mal schauen.